hallo liebe rama zamba tv freunde das war mein leises herzlich willkommen im video deal schön dass ihr wieder dabei seid wir haben ja einen neuen deal am start es wird immer so viel gelacht wie vom allerfeinsten da wird immer gesagt übrigens vom allerfeinsten wo sind denn unsere schilder die haben wir weggeräumt wie vor weggeräumt wo sind die habt ihr versteckt also vom allerfeinsten wird immer gesagt und dann sagen die leute immer vom allerfeinsten aber wir haben ja auch vom allerfeinsten und zwar haben wir heute ein deal am start haben extra notizen gemacht 23 euro 23 wir haben den deal 100 mal vom allerfeinsten top marken und zwar reden wir von stortz aus dem schwabenländel fair trade mark vom allerfeinsten schokolade hochwertigst hoch drei einzel verpackt ausgezeichnet sowas kosten 39 cent im richtigen leben eins und da sind dann mal drin mal schnell 100 also wer ist hier bei 39 euro dass du mal eine idee hast das ist schon ganz spezielle schokolade wir haben verschiedene boxen das ist immer ungefähr das gleiche von der grammage und so weiter wir haben jetzt mal zwei ausgepackt von stortz dass man einfach mal sieht was ist das hier für ware komm mal hier den kopf die seite schau mal wenn du das auspackst das ist wirklich hochwertigste schokolade also weg man kann das ruhig machen das ist nicht irgendein müll wirklich mit schokolade im mund dreht sich doch besser wirklich leckere schokolade wir geben ein päckchen wir haben vier oder fünf verschiedene ein stortzpäckchen kostet draußen mindestens 15 euro großhandel mindestens 15 euro kriegst du ein päckchen dazu von dem dann kriegst du weil wir ja sagen top marken dr oetker gütterspeise ist ein zweier pack 2 4 6 8 10 zwölf mal gütterspeise dazu ja zwölf mal gütterspeise dann machen wir von stortz hier noch lauter so kleine leckereien zum verschenken man darf ja auch guten geschmack verschenken kost draußen drei vier euro verschenken guck mal hier drei vier euro immer haltbar lange lange bis ende des jahres also ohne ende noch mal hier so ein kleines geschenkchen kann man noch mal da weg geben auch draußen irgendwie 2399 ja das ist alles schokoladen fachgeschäftsware das ist konverserie war also richtig gute konverserie der schokolade schau dir das an da bist du alleine schon bestimmt bei 30 euro wenn du das draußen kaufst und dann packen wir zum schluss noch unsere linkbeutel dazu wir kriegen am montag wieder zehn paletten ja das heißt da kommen dann wieder 4.800 neue beutel und halb halb ihr kennt die halb gewickelt halb ungewickelt ihr kennt das ganze bis november mindestens datum kann auch länger sein die hälfte ist immer ungewickelt ist das was in den pralinen schachteln drin ist das ist das andere gewickelte da gibt es dann mit und ohne alkohol ihr könnt leider nicht sortieren also gibt viele viele verschiedene da packen wir drei stück mit rein allein hier bist du schon bei 30 euro ja 30 plus du bist bei 60 70 euro draußen und bezahlst 23 euro 23 also wirklich ein top marken deal da nimmt start dr oetker oben unten hinten vorne klicken ich denke gormet deal hätte man den auch nehmen können holten euch es gibt nur 100 stück ich glaube davon haben auch nur hunderte vielleicht 150 vielleicht geben ein paar mehr hin wir gucken mal oben unten hinten vorne klicken 23 23 lecker lecker bis dann tschö